Die Stimmung ist super vom Auftritt hier, die Stimmung ist super in Mark Reubenbach, die ist super. Und warum ist die Stimmung super? Weil es super ist. Nein, weil ich immer so sage, an den Bärten kann es nicht liegen. Nein, es liegt daran, dass ich gebotzt habe. Ich habe es gebotzt. Exakt von Didi haben wir uns auch so komische Bärte wie der Didi wachsen lassen. Weil der Didi steht auf Typen mit Bärten. Genau, jetzt könnt ihr mal sehen, wer für mich schöne Bärte auflegt. Ja, da ist natürlich ein Fauxpas, das haben wir eigentlich auch gemacht. Ich habe drei Freunde in der Band. Ein Bart wie ein Hut. Ich werde gemobbt. Also Bad Kreuznach.